Hallo zusammen und ein ganz ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Raft. Ich bin der Zanto, das hier ist unser Detlef und gemeinsam mit euch ganz ganz vielen Dank, dass ihr wieder reinschaut. Legen wir jetzt ab, der Sieg ist schon gedreht und dann schauen wir mal, dass wir hier rauskommen und welche Insel wir als nächstes ansteuern. Übrigens, wir haben auch den ganzen Zoo mitgenommen, hier bei uns aus Raft. Das heißt, wir müssen trotzdem jetzt mal alle Pflanzen wässern, soweit wie es geht. Wir müssen dann natürlich zusätzlich nochmal ein bisschen Salzwasser holen. Und ich hatte ja schon gesagt, ein so ein Teil, ein so ein großer Insights erreicht halt hier nochmal. Ich sage, das sind jetzt sechs Einheiten Wiese, muss man mal so sagen, wie es ist. Ich sage mal, ja, sechs Stücken Wiese, es sind aber nur fünf Tiere. Das heißt, jedes Tier kommt dann mit einem Stück Wiese pro Tag klar, das ist gut. Das Problem ist halt, es wird wahrscheinlich nicht dabei bleiben. Wahrscheinlich werden es noch zwei, drei mehr werden. Aber das ist Zukunftspusik. Schauen wir erstmal, ich würde sagen, wo liegt denn der Anker jetzt hier? Okay, der liegt da unten. Ja gut, ich würde sagen, wir lichten, meine Lieben. Und dann schauen wir mal, dann fahren wir mal wieder ganz, ganz zart hier raus. War auf jeden Fall geil. Supergeile Insel. Supergeiler Loot mit allem drum und dran. Wie gesagt, sehr viel Sand, sehr viel Ton, sehr viel Schrott. Und ich sage mal mit euch zusammen, ich habe da noch zwei, drei Sachen vorbereitet. Und unter anderem würde ich mit euch noch zwei Kisten bauen. Und zwar, das ist jeweils eine Kiste für den, eine Kiste für die Baumats. Schaut mal, die würde ich auf jeden Fall noch hier her setzen wollen. Wenn es mal geht. Wieso geht das nicht? Da muss man sich echt konzentrieren, ne? Und die andere Kiste würde ich dann gerne entweder, ja, für die Ausrüstung nehmen. Oder ich würde dann sogar sagen, wir machen das so, wir nehmen hier das. Und machen hier für die Küche was klar, würde ich sagen. Ich hatte ja gesagt, ursprünglich, ja, das reicht, schaut mal. Da passt tatsächlich eine dritte oben drauf. Okay, das ist alles schick. Da können wir auf jeden Fall jetzt dafür sorgen, dass wir jetzt mehr Gärten anlegen. Mehr kleine, mehr mittlere. Ich würde auch mal die großen ausprobieren, sehr, sehr gerne. Aber bevor es soweit ist, müssen wir erst einmal schauen, dass wir hier wegkommen. Und dass wir erst einmal aufs Meer kommen. So, eine Blanke. Eine Blanke, eine Blanke. Und hier zwei Kunststoff. Zack. So, dann hätten wir zumindest mal den Haken hergestellt. Und sieht doch das hier wirklich schon wieder richtig gut aus. Die Flasche kommt hier hinten. Die Wassermelonen können wir dann auch mal wegräumen. Das ist alles schick. Das läuft langsam wieder bei uns an. Das ist sehr, sehr schön. Das Fass, nehme ich mal an, würde theoretisch bei uns vorbeilaufen. Sehen wir mal, dass wir das sichern. Sehr schön. So, das läuft auch bei uns an. Das auch. Und das? Ne, der Kunststoff geht tatsächlich vorbei. Kein Problem. So, wenn wir jetzt ein Stück von der Insel abgelegt haben, würde ich sagen, wir drehen das Raft direkt der Strömung nach. Und zwar so ungefähr. Ja, dann schwimmen zwar die ganzen Teile hier seitlich bei uns vorbei, aber ganz ehrlich, ist erstmal egal. Es werden auch Teile vor uns wieder auftauchen. Macht euch nur darüber, keine Gedanken. So. Fischer sind aktuell keine drin. Was wir allerdings, wir bräuchten ja ein bisschen was zu trinken. Das war mir nicht schlecht. Und das hier sollte dann auch mal mit... Ja, das ist fast fertig. Das hier dürfen wir ernten. Ne, dürfen wir auch noch nicht ernten. Okay. Die nehmen wir weg. Da packen wir wieder neue hin. Und weiter geht es, würde ich sagen. Die Kartoffeln packen wir hierher. Und hier vorne. Das ist auch fertig. Okay, das dürften wir auch abschöpfen. Pilzomelett. Zwei Pilzomelett. Fertig. Okay, dann räumen wir das wieder weg. Ich würde sagen, auch das Pilzomelett kommt wieder hier rein. Oh, kein Platz mehr. Schaut mal. Na, dann machen wir das ganz einfach so. Die Melone kommt auch wieder weg. Und die anderen, das essen wir mal gemütlich. Schaut mal. Kommt direkt auf uns zu. Ist das geil oder ist das geil? Kein Fisch. Schade. So, und dann schauen wir mal. Also. Das ist die Silhouette der großen Insel. Jetzt sind wir eigentlich... Ja, ich denke mal schon weit genug weg. Jetzt warten wir mal auf die ganzen Items, die uns hier... Die hier angeschwemmt werden. Ganz wichtig nach wie vor, Planken. Ganz, ganz wichtig. Da geht eigentlich zur Zeit auch wieder nichts drüber. Wir wollen ja gerne trotzdem unser Raft noch etwas vergrößern. Und wir würden gerne dann hier oben... Ich hatte es ja schon angekündigt. Wir würden ja gerne hier oben das Ding erstmal komplett so fertig machen. So wie es ist. Und dazu bräuchte man Nägel. Dazu bräuchte man natürlich noch Holz. Und so weiter und so fort. Die nächste große Holzsäule stellen wir hier her. Dazu bräuchte man auf jeden Fall mal noch Nägel. Die wären hier oben noch drin. So, und dann würde ich sagen, stellen wir das gleich mal parallel hier auf. Zack. So, das wäre Nummer eins. Dann müssen wir direkt vor dem... Vor dem Anker das zweite platzieren. Links wie rechts. Jetzt, das geht nicht anders. Hier fehlt noch eine Planke. Ah. Ja, und jetzt kommen wir... Ja. Jetzt kommen wir da halt ganz, ganz schnell durcheinander, weil vor der Breite her die zwei Räume genauso breit sind. So, das hätten wir auch. Und jetzt müssten wir theoretisch eigentlich hier herbauen. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. Hm. Sieht wahrscheinlich auch nicht schön aus. Aber da gibt es dann einen Trick. Entweder hier her. Es geht aber nicht. Wir müssten hier her bauen und wir müssten auf jeden Fall hier her bauen. Das passt aber nicht. Das geht nicht. Boah, schaut mal, was hier alles so bei uns vorbeischwimmt. Einfach so zum Mitnehmen. Fässer gibt es auch. Warten wir mal noch auf die Planke. Dankeschön. Das eine Fass ist direkt schön in der Flucht bei uns. Das Problem ist das Fass hier. Sehr schön. Blanke, blanke Stein, blanke. Reicht mir völlig. Oder wir machen es so, dass wir nur da vorne ablegen. Dass wir nur da vorne im Prinzip drüber ziehen. Aber das gefällt mir nicht. Das gefällt mir echt nicht. Wirklich nicht. Hm. Wie machen wir das? Okay, da müssen wir es doch hier anlegen. Es nützt nichts. Wir bauen es wieder weg. Keine Sorge. Wir bauen es auf jeden Fall wieder weg. Das ist nur erst einmal pro forma hier. Hier kriegen wir noch was hin. Und hier vorne kriegen wir auch noch was hin. Okay. Okay. Hier zwischendurch bekommen wir nichts hin. Das ist sehr... Schaut mal, hier ist ein Fisch drin. Aber was für einer. Was für ein Riesenteil. Geil. So. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier oben anbauen können. Das können wir. Das können wir auf jeden Fall. Das können wir auch. Perfekt. So. Wie weit können wir denn vorbauen? Ich würde sagen, wir lassen hier... Ne, wir lassen sogar noch eins frei hier. Und machen hier oben dann den Zaun ran. Dass wir nicht runterfallen. Jetzt nehmen wir mal den... Das ist ein roher Lachs. Geil. Geil. Die Items. Mega. So. Das dürfen wir, wie es aussieht, auch schon... Sammeln. Zwei Ananassamen und eine Wassermelone. Schade. Fehlt noch eine. Die holen wir uns schnell. Okay. Hier kommt wieder ein Fass. Schön. So. Wir hatten... Nehmen wir wieder eine Wassermelone, würde ich sagen. Oder? 14 zu 20. Okay. Nehmen wir mal eine raus. Dann pflanzen wir die gleich wieder ein. Bewässern die. Und weiter geht's. Ah, ich glaube, oben fehlt noch ein bisschen, oder? Wie war das? Ne. Denen geht's auch soweit wieder gut, finde ich. Boah, haben die Eier gelegt. Also, ihr gebt ja richtig Gas, ihr zwei Hühner, he? Ihr lasst ja richtig krachen, hier. Okay. Die See wird wieder rauer. Schön. Sehr, sehr schön. Mittendrinne kommt das alles schön angeschwemmt. Geil. Wir sind wirklich mittendrin. Zum Schluss brauchen wir nicht mal auswerfen. Einfach warten. Und dann holen wir uns das. Ich glaube, vom Lachs kann man sich auch schon irgendwie was in der Küche zusammenbasteln. So, dann holen wir uns mal 1, 2, 3, 4 Aufladung. Bewässern, bewässern und dorst. Und dann würde ich sagen, den Endsalzer machen wir gleich wieder voll. So. Jetzt gucken wir mal. Gemüsesuppe, Fischeintopf, Früchte kaputt, Deluxe, Wels, Haihappen. Ne, schade. Es gibt keinen Lachs. Schade. Aber so viel, ich weiß, gibt es doch da glaube ich ein Rezept dafür. Ah gut, egal. Geht vorbei, ne? Das Fass geht leider vorbei. Echt schade. Echt schade. Aber gut, man muss sagen, es sind trotzdem sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Gegenstände hier angekommen. Also auf der breiten Seite, das macht wirklich Spaß. Schaut mal. Es sind insgesamt wieder knapp 64 Stück Holz. Egal, ob wir sie jetzt raus haben bei uns oder nicht. Aber es ist schon eine ganze, ganze Menge. Es ist eine richtige Ecke. Wahnsinn. Und vor allen Dingen, es geht weiter, ne? Und ganz hinten sehe ich schon wieder ein Fass. Äh, richtig toll. Richtig, richtig toll. So, hier gibt es auch noch Nägel drin. Die können wir dann zur Not mal hier raus machen. Jetzt sollten wir auf jeden Fall trotzdem erstmal sehen, dass wir da oben das zumindestens mal ein bisschen dicht gemacht bekommen. Vor allen Dingen, es fehlt ja hier auch noch, ne? Genau. So, kriegen wir dann zumindest auch den Raum endlich mal ein Stück lang zu. So, hier sollten wir uns dann auf jeden Fall... Gut, hier brauchen wir uns keinen Zaun machen. Hier drüben sollten wir uns einen Zaun machen. Und zwar genau hierher. Genau. So, ne? Das ist so eine kleine natürliche Grenze. Äh, da wissen wir genau Bescheid. Hier können wir noch, hier können wir noch, hier können wir noch. Hier auch. Und hier ist schon wieder Feierabend. Das heißt, hier auf der Ebene bräuchten wir auf jeden Fall schon wieder. Oder wir ziehen hier hoch und gleich danach. Das wäre auch noch... Das wäre auch noch ein Thema. Ja, das Problem ist halt die... Das Problem ist halt jetzt die Stelzen. Aber, da habe ich schon eine Abhilfe. Das zeige ich euch gleich. Kostet auch wieder jede Menge Planken. Ähm, Laterne. Und zwar brauchen wir sehr viel Schrott und sehr viel Planken dafür. Die Fässer gehen direkt bei uns in die Netze, oder? Schauen wir nochmal in die Flucht. Das hier sieht gut aus. Und das hier... Ja, ich würde sagen, passt alles beides. So. Holen wir uns mal ein 20er Haus. Wird nicht ganz lang. Haben wir uns noch ein 20er Haus. Und dann auf jeden Fall mal auch noch 20er hier. So, dann stellen wir mal... Wir stellen einfach mal zwei her. So. Zeig ich euch was. Schön. Ähm, hier ist ja erstens recht dunkel in der Nacht. Und zweitens, es sieht ja nicht so schön hier aus, ne? Man muss es ja ganz klar so sagen. Also macht mal folgendes. Machen wir mal eins links hin. Das andere würde ich sagen rechts. So. Jetzt, ne? Nein, nicht direkt... Nicht direkt da lang, Detlef. Jetzt holen wir uns die Axt. Genau. Erst nochmal schauen, ob alles schön hier ankommt. Vor allem, was wir wollen. Das Fass da gleich nimmer. Das Fass... So, das reißen wir weg. Ja, das ist ein kleiner Trick. Mit den Laternen funktioniert immer noch. Und so hat man einen wunderschönen... Wunderschön offenflutigen... Raum. Und hat nicht die Stelzen zwischendrin, ne? Die so störend aussehen. Wo man dann immer außer rumlaufen muss. Na, und dann hat man einfach hier... Zwei so... Zwei so Fackeln. Das können wir gleich nochmal machen, wenn ihr wollt. Ich würde dann immer eine außen setzen... Und eine innen. Außerdem kriegen wir da wieder schönes Holz zurück. Und das hält trotzdem, ne? Ist das geil? Weil auch der Haken dieser Laterne zählt auch als Mittelpunkt. Beziehungsweise als Stabilisator oder... Keine Ahnung, was man da dazu sagt. Ähm, das zählt auf jeden Fall auch. So, jetzt wäre ganz wichtig, hier nochmal zu schauen. Was kriegen wir hier noch? Hier gibt es nichts mehr. Ähm, hier auch nicht. Falsche Seite. Müssen auf jeden Fall da drüben einen Salzer hinstellen. Das dürften wir auch schon wieder ernten. Schaut mal, unglaublich. So, was zu trinken hätten wir. Dann füllen wir das gleich wieder auf. Und jetzt, äh... Würde ich sagen, räumen wir das wieder runter. Einmal ernten. Einmal drauf. Und weiter geht's. Für die Wassermelonen und das Zeug, da kümmern wir uns gleich drum. Ah, zu weit raus. Und jetzt kriegen wir nicht mehr alle weiter, oder? Schade. Ah, schade. Schaut mal, die See beruhigt sich wieder etwas. Die Strömung ist immer noch dieselbe. Das heißt, perfekt. Es ist immer noch keine Insel in Sicht. Ähm, das kann gut sein oder auch nicht gut sein. Für uns ist es jetzt mal... Für uns ist es jetzt mal gut. Okay. Wir sammeln mal wieder ein bisschen ein. Es gibt wieder einen rohen Lachs. Es gibt wieder einen rohen Buntbarsch. Geil. Wie viel es hier Items gibt. Unglaublich. Schaut mal, wie breit ist es fantastisch. Es ist fantastisch. Hier ist auch schon wieder ein Fass angekommen. Mittlerweile ist unser Inventar, das ist mittlerweile fast brechend voll. Also, selbst das Baufolgenholz wird mehr, wird mehr, wird mehr. Das Schöne ist, dass wir wirklich in der Küche genau deswegen hier noch eine Kiste gebaut haben. Hier sind die ganzen Rohteile drin. Machen wir auch natürlich die ganzen anderen Teile gleich rein. Ich würde sagen, das passt hier nicht hin. Wie, das passt hier nicht hin. Ach so, ja, alles klar. Bekannt gar nicht hin passen. Alles gut. So, die sechs Eier kommen wir natürlich auch hier rein. Ich würde sagen, die Ananas und die Wassermelone auch. Wassermelone, kein Platz mehr. Hier oben, das Lager ist leer. Schön. Dann packen wir das gleich mal hier her. Die Federn, es kommt rüber. Das seltene Silberalge kommt auch hier rein. Das sind alles Baumaterialien. Die Kartoffeln lassen wir mal draußen, oder? Die Baumaterialien, wie die Federn, das Zeug, das kommt alles rüber. Das kommt alles rüber, alles perfekt. Wir bräuchten noch ein paar Planken. Holen wir uns von drüben. Oh. Ist das denn wahr? Sind wir von der einen Insel? Ich glaube das nicht, ne? Von der einen Insel wirklich gestartet, von der einen großen, nur um an der zweiten irgendwie anzulanden. Habe ich das jetzt gerade hier richtig verstanden? Ich sehe keinen Vogel. Seht ihr einen? Na, wir könnten es zumindest mal probieren. Ähm. Das Schöne ist, wenn wir hier falsch gelaufen sind, können wir auf jeden Fall mal noch gegendrehen. Oh. Oh, Moment. Da drüben ist auch eine. Da drüben ist echt auch eine. Jetzt müssen wir uns entscheiden, ne? Und das bestimmt möglichst schnell. Okay, da würde ich sagen, wir steuern erst einmal auf die Große. Ja, wir bleiben auf jeden Fall dort. Das ist zwar schräg, aber wir fahren zumindest mal die Große an. Und dann würde ich sagen, ähm, wenn wir wissen, was auf dieser Insel ist, werden wir dann auf jeden Fall die Kleine anfahren. Ich glaube, es ist jetzt wieder eine riesengroße Insel. Sieht aber aus wie die Rückseite, oder? Und das sieht so aus, wie wenn wir auf dieser auch schon mal drauf waren. Ja, okay. Das ist das mit dem Vogel. Das ist das ganz oben. Ja, da waren wir auch schon mal drauf. Ja, gut. Das muss ja nichts Schlimmes sein, im Gegenteil. Ähm, ich freue mich richtig drauf. Lass uns mal anfahren. Haben wir, wenn es wieder genug Samen bekommt? Zwei. Ja. Schön. Schön. Sehr schön. So, jetzt warten wir mal, bis wir wenigstens ungefähr dort angelandet sind. Es dauert ja gar nicht mal lang und wir sind gleich da. Ich würde vorschlagen, die Kiste holen wir uns mal noch. Und die Kiste holen wir uns da drüben auch mal noch. Ankern, ankern, ihr Lieben. Okay, ja. Wir haben es gerade gehört. Wir sind angekommen. Keine Sorge, der Heil kommt gleich. Okay, in so flache Gewässer drin kommt er, glaube ich, nett. Oder wie das war. Der bleibt wirklich nur in den Tiefen. Und unter uns ist auch schon wieder jede Menge. So. Meine Lieben, das wäre die nächste große Insel. Schauen wir mal, was es auf dieser gibt. Also das Layout kennen wir ja mittlerweile. Ganz oben ist, glaube ich, eine Kiste. Da kreist der Vogel rum. Das heißt, mit dem sollten wir uns dann definitiv zuerst anlegen. Ich sage mal, wir machen uns ein bisschen Equip klar. Dürfen wir wieder ernten. Wahnsinn. Machen wir gleich fertig, würde ich sagen. Wir machen das gleich fertig. Da machen wir gar nicht rum. Entweder so einen blauen Fisch. Haben wir noch so einen... Haben wir noch so einen... Nee, das ist der nicht, ne? Das ist der nicht. Nee. M-m. Beide hat ja auch so rote Augen, aber so ganz kleine. Nee, das ist der nicht. Das ist der nicht. Okay, mein Lieben. Dann würde ich sagen... Schlichten wir nur mal, soweit wie es geht, hier drauf. So. Haben wir noch die restlichen Planken hier reingehauen. Zack. So, und dann bin ich mal gespannt, was dann daraus rauskommt. Die Ananas lassen wir auf jeden Fall hier im Inventar. Die nehmen wir gleich mit. Die Baumats. Schnell da drüben noch raus. Den Bau haben wir hier rein. Ja, die Axt. Ich glaube, die Axt müssen wir nicht mitnehmen. Was wollen wir mitnehmen? Ist definitiv ein Bogen. Kapitänsmütze lassen wir hier. Das ist zu schade. Nicht, dass wir dann wirklich in die Bredouille kommen und dann fallen wir einfach nur um und eignen uns dann. So, Nägel, Seile. Federn war hier. Oh, reicht genau. So, hier hast du auch noch Platz. Schön. Dann würde ich sagen, noch die Geschenke hier sortieren. Und dann sind wir es hier eigentlich fertig. Wir sind eigentlich fertig. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist einen wirklich noch guten, kampfbereiten Bogen. Da bräuchten wir noch zwei Klipper. Einen Bolzen. Vier Seile. Und sechs Planken. So, dann hätten wir das schon. Genau, das kommt wieder zurück. Dann wäre der hier schon mal kampfbereit. Dann nehmen wir auch wirklich den anderen mit. Und wir nehmen auch wirklich wieder unsere guten Metallpfeile mit, würde ich sagen. Sicherheitshalber gleich mal die Schaufel. Ach nee, Moment, die Schaufel. Nicht das Paddel. Bitte die Schaufel, Detlef. Dann schauen wir uns mal um, was es auf der Insel gibt. Welche Tiere es hier gibt. Bin ich mal gespannt. Und ja. Jetzt gönnen wir uns erstmal noch was zu essen. Dann müssen wir noch die Netze hier ausräumen. Wir müssen dann gegen drehen, weil da drüben ist eine kleine Insel und so weiter. So fort. Also es gibt ja noch jede, jede Menge zu tun. Oh, braucht frisches. Hat mir das vor uns nicht gewässert. Kartoffeln sind fertig. Wo ist denn hier? Hier. Jetzt hauen wir mal diesen Lachs da drauf. Jetzt darf der mal hier ganz entspannt durchgaren. Und in der Zwischenzeit würde ich sagen, wir nehmen uns dann mal was raus. Ah. Essen wir mal ein paar Ananas, oder? Hier oben sind auch zwei drin. Machen wir gleich vier draus. Okay. Können auch ein paar Mangos mitnehmen. Mangos sind auch immer gut. So. Stehen auch ein bisschen Durst. Alles ist gut. Und das Essen, beziehungsweise den Hunger sowieso. Wir dürfen hier vorne mal wieder abschöpfen. Und ich würde sagen, die dienen wir auf jeden Fall. Und essen gleich. Schön. Super. Kartoffeln nehmen wir gleich so mit. Und dann würde ich sagen, noch damit wir wenigstens noch was haben und wieder aufs Raft zurückkommen. Drei Aufladungen gab es noch zu trinken. Das ist gut. Okay. Gehen wir mal los. Jetzt bin ich mal gespannt. Übrigens sollten wir öfters unsere wir sollten öfters unsere Tiere scheren. Weil ich noch festgestellt habe, es gibt noch Ausrüstung. Hier, schaut mal. Für Leder und Wolle. Das Leder gibt es hier bei den Schweinen. Wunderschön. Wunder, wunderschön. Ist alles ruhig. Einwandfrei. Ist wirklich alles wunder, wunderschön. Sehr, sehr ruhig gelegen. Jetzt gucken wir mal. Hier war doch immer irgendwo ein Haustier, oder? Oder wo war das? Oder war das echt bei da unten? Da unten läuft eins. Das ist eine Ziege. Sehr schön. Also, ihr wisst Bescheid. Da unten läuft schon eins. Wir würden uns aber jetzt nochmal in der Folge auf jeden Fall mit der hiesigen Flora und Fauna anlegen wollen. Das heißt, hier oben mit dem Vogel zuerst. Und dann würden wir übergehen. Und mal gucken, ob es da noch irgendwo Schweine gibt. Dieser Warzer-Schweine. Hier gibt es mindestens eins. Mindestens. Auf der Insel. Und was es da unten wieder im Wasser gibt. Oh. Wir sollten wieder ganz, ganz schnell anfangen, wieder Klipper zu schmelzen. Da war er, der Vogel. Habt ihr es gesehen? Wahnsinn. Der hat uns schon ausgemacht. Das gibt es gar nicht. Der hat uns wirklich schon ausgemacht. Und dann... Jetzt geht er runter. Ah, das ist von der Reichweite her. Das können wir vergessen. Wie viele Treffer kann der kassieren? Ich glaube, 8, oder wie war das? Passt. Alles gut. Passt soweit. Da oben ist das Schwein. Hier ist der Vogel. Schade. Unglaublich, oder? Unglaublich. So, da zieht er wieder seine Kreise. Wo ist denn da jetzt hingeflogen? Hä? Boah, also das war unfair. So, da stecken ganz schön viele Pfeile schon da vorne drin. Jetzt bin ich mal gespannt, wo er die nächsten Steine holt. Ah, das ist zu weit weg. Leute, das ist zu weit weg. Ich denke mal dann vor den Vogel. Müssen wir auf jeden Fall runter. Das werden wir uns auch sichern. So, wo bist du? Ganz oben läuft auch noch was rum. Auch noch so ein schönes Haustier. Boah, ist das unfair gewesen? Habt ihr das gesehen? Nein, das war echt unfair. Also irgendwie... Jetzt hat er uns wieder gesehen. Alles klar. Braucht wieder einen Stein. Wo ist der jetzt hingeflogen? Wo ist der jetzt hingeflogen? Okay, der kommt wenigstens außen rumgeflogen. Das ist wenigstens noch relativ fair. Nein, lebt noch. Lebt noch. Natürlich holt er sich wieder ganz unten in Stein. Natürlich, selbstverständlich, wie immer. Okay, wir haben es geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Ich würde auch gleich runterlaufen und würde mir den Vogel gleich holen. Sehr viele Federn. Sehr, sehr viele Federn. Geflügel, Metallpfeile und... Es waren aber gar nicht viele Metallpfeile, gell? Aber egal. Da sind auch noch Wassermelonen da hinten. Hier sind auch noch welche. Echt schön. Bam, bam. Kriegen wir die noch? Ja. Also ich sag mal, wir müssen noch zwei Loot-Touren, schätze ich mal, müssen wir noch machen. Die erste würde ich sagen, schaut mal, da hinten läuft auch was rum. Da hinten läuft auch... Achso, das wurde noch ein Räftig, ich habe schon gedacht. Wie, jetzt gibt es noch mehr Tiere. Das ist ja unglaublich. Wo denn hin mit dem ganzen Tierreich? Geil. So, Schluck aus der Pulle. So, mein Lieben, und jetzt müssen wir uns auf jeden Fall noch... Ja. Ende der Folge sollten wir uns jetzt auf jeden Fall mal noch mit dem... Mit dem Warzenschwein anlegen, oder? Und das ist ja noch... Dem müssen wir ja wirklich ausweichen. Das ist ja noch ein bisschen... Auch so eine schlimme Kategorie. So. Jetzt sind wir gleich da. Wir haben es zumindest gesehen, dort oben. Entweder kommt das Teil sowieso zu uns runtergerannt. Und wir müssen uns hier unten duellieren, oder wir gehen hoch. Also da oben ist es mal. Ich glaube, wir müssen eh hoch. Oh man, jetzt wird es lustig. Oh Gott. Wo ist denn das Ding hingerannt? Wir haben es geschafft. Okay, ich wollte gerade sagen, den zweiten Treffer, den habe ich, äh, den habe ich hingenommen. Weil ich habe gedacht, noch ein Pfeil und dann das Schweine sind. Also braucht es sechs Pfeile von den Metallpfeilen. Wenn man gut trifft. Hier hinten ist, glaube ich, hier hinten ist, glaube ich, nichts mehr. Noch eins. Doch, hier hinten geht es hoch. Gut, dann geht es hier hoch. Wie viele Pfeile haben wir noch? Okay, wir haben alle wieder gefunden. Das ist gut. Okay, jetzt geht es an die Kisten. Ähm, ich würde sagen, hier oben ist noch eins. Schaut. Habe ich jetzt das richtig gesehen? Also hier unten rennt eins durch die Gegend? Irgendwo? Oder war das das von da oben? Oder war das das ich von da oben? Jetzt bin ich mal hier ziemlich unsicher. Ich glaube, das war das von... Schaut mal, das ist das jetzt hier. Ja, jetzt kriegt das hier einen Tobsuchsanfall. Aber hoch läuft es nicht. Merkt euch das? Das ist extra. Leute, das ist noch extra eins. Ich glaube, auf dieser Insee gibt es, glaube ich, sogar zwei oder drei Haustiere. Wenn nicht vier. Das ist ja verrückt. Eine Ziege und zwei Lamas. Das haben wir bis jetzt gesehen. Wenn es jetzt hier irgendwo noch einen Huhn gibt, dann wird man durchdrehen. Wie kommt man hier hoch? Hallo? Ah, man muss einfach nur schneller laufen. Gut, das ist dann... Ja. So, hier hoch. Ja, hier gibt es wieder die leckeren Bären. Die man natürlich auch zum Kochen benötigt. Wassermelon. Es gibt wieder. Bam, bam. Und eine Kiste. Rezeptkopfbrühe. Habt ihr das gesehen? Das ist wieder ein neues Rezept, schätze ich. Da braucht man, glaube ich, diesen... Oh, nein. Da braucht man, glaube ich, diesen Fisch dazu. Diesen Bombenfisch. Da kann man das... Da kann man das machen. Cool. Okay, mein Lieben. Die Seite wäre soweit fertig. Ja. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zur anderen Seite, oder? Wir haben ja extra eine Schaufel mitgenommen. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, hier gibt es vielleicht irgendwo eine Höhle. Wir sollten uns... ...auf jeden Fall auf der ganzen Insel nochmal umgucken. Es kann doch nicht sein, dass es hier keine Höhle gibt. Ja, wir haben dich gesehen. Wir haben dich gesehen. Noch darfst du wegrennen. Noch. So. Ananas, Ananas. Hier gibt es nur noch... Und hier gibt es auch noch eine wunderschöne Kiste. Mal gucken. Seilblanke Nagelbolzen... Nagelbolzen, Seil, Baguette, einfache Fischeintöpfe. Wahnsinn. Also alleine die zwei Kisten zu looten hat schon, ne? Alleine das hat sich schon wirklich gelohnt, ja, ne? So. Ist das eine Insel? Äh, ne. Eine Insel ist es schon... Ist das eine Höhle? Ne, auf jeden Fall läuft hier unten eine Ziege rum. Ist das süß? Okay. Ich glaub's nicht. Ich glaub... Leute, ich glaub das nicht. Okay, machen wir folgendes. Wir werden jetzt hier die drei... Kartoffeln aufzehren. Dann haben wir wenigstens wieder einen Inventarplatz. Jetzt haben wir noch sechs, sieben... Sieben freie Inventarplätze. Wenn's nicht reicht, essen wir noch die Ananas, okay? So, packen wir die Schaufel aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier kommen wir auf jeden Fall rein. Hier gibt's auch wieder... Oh, hier gibt's... Oh, hier gibt's wieder Lootstellen. Schmutz und Nagel. Und Schrott. Und natürlich Schrott. Und wieder nur Schmutz. Schaut mal, hier gibt's zwei... Es gibt hier zwei Kisten. Zwei Stück. Ich glaub das alles gar nicht. Ja, sorry für die Überlänge heute. Aber das ist so kratt. Das ist so geil. Das ist so interessant. Und das macht mega Bock. Das macht echt mega Spaß. Kokosnusshähnchen. Ja, ist das... Haben wir das? Nee, das haben wir noch nicht. Das haben wir eben noch nicht. So, jetzt hoffen wir mal. Vier. Inventar. Also die Ausbeute von den vier Kisten auf dieser Insel hat sich definitiv, also definitiv hat sich das gelohnt. Ein Schwein ausgeschalten, ein Vogel ausgeschalten, Rezepte, Bolzen, Nägel, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Kleinzeug. So viele Rezepte, Wahnsinn, Wahnsinn. Und auch alles andere. Acht, acht Einheiten Schmutz. Das heißt, wir können wieder vier, ja vier so Wiesenfelder bauen, ne? Wahnsinn. Ich sag mal, wir gehen mal zurück auf unser Raft. Müssen das erstmal verarbeiten, was wir hier alles bekommen haben. Hier oben gibt es auch noch eine Wassermelone. Ich glaube, hier auf der Seite sind wir schon mal angelandet. Allerdings bei einer anderen Insel, aber wir sind ja schon mal angelandet. Ich würde mal gerne hier oben noch die Wassermelone holen. Dann müssen wir doch mal schauen, wie man hier irgendwie noch besser anlanden könnte. Genau, die wollte ich mal gerne noch holen. Wo sind wir denn hier? Wir sind weiter hinten angelandet. Leute, wir sind weiter hinten angelandet. Wir sind nicht hier vorne, sondern wir sind hier hinten die Böschung runter und da sind wir angelandet. Ich zeig's euch gleich. Ich glaub, hier war das. Hier war das irgendwo. Genau. Cool. Das ist richtig cool. Ja, ich würde sagen, die nehmen wir alle mal noch mit. So viele, wie wir finden, weil dann wird die zweite Loot-Tour relativ geringer ausfallen. Ja, ich würde vorschlagen, nächste Folge machen wir folgendes. Wir nehmen gleich alles mit, oder? Nächste Folge räumen wir so viel aus, wie geht. Das heißt, wir nehmen keinen Bogen mehr mit, keinen Haken mehr mit. Das ist ja nichts mehr. Räumen das Inventar komplett aus und nehmen wirklich nur was zu essen. Also so Obst mit oder so. Und dann würde ich natürlich wieder die Planken-Challenge machen. Wie viele Planken schaffen wir hier auf der Insel? Wie viele geben die, wie viele geben die örtlichen, die örtlichen Bäume uns her? Und dann würde ich natürlich alles noch einsammeln. Alles Blumen, alles Obst, alles was geht. Würde ich natürlich noch komplett hier einsammeln wollen. Weil schaut mal, der absolute Wahnsinn. Was ist denn hier los? Fantastisch. Zwölf Planken, einfach so. Einfach so. Geil. Okay, meine Lieben. Dann heute mal mit etwas Überlänge. Vielleicht wird die nächste Folge ein bisschen kürzer. Je nachdem, wo wir hin müssen. Das sehen wir mal. Ganz, ganz vielen Dank fürs Zugucken, wenn es euch gefallen hat. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Dankeschön und ganz, ganz liebe Grüße. Euer Santo. Bye, bye.